Servus, ich bin gerade hier in der Moschee. Ich vertreibe mir noch ein bisschen die Zeit, bevor ich ins Internetcafé gehe, weil jetzt ist da sowieso zu viel los und die Verbindung ist ja langsam. Jetzt war ich hier kurz zum Abendgebet, jetzt warte ich noch aufs Nachtgebet und danach werde ich ins Internetcafé gehen. Es sieht sehr schön aus in der kleinen Moschee, ein paar Leute sind da. Da drüben ist der Frauenbereich, das ist immer schön getrennt. Da sind noch ein paar Leute, die gerade beten oder lesen. Einiges, die rezitieren auch gerade noch den Koran. Ich habe mich gerade hier mit einem der Leute unterhalten, gebrochenes Englisch, aber man versteht sich schon irgendwie mit Händen und Füßen. Jetzt habe ich auch noch herausgefunden, der Trainer, der mir immer die Bratzen hält, der ist auch Muslim, weil genau da, wo ich gegangen bin, habe ich mich angezogen. Ich habe mir jetzt noch so, wie so ein Rock ist das, ja, ist aber sehr bequem. Ich habe mich angezogen und dann hat er mich gefragt, ob ich Muslim bin, ob ich ja, und er hat gesagt, ah, ich auch, ich auch. Und dann habe ich gesagt, ah, super, schöner Zufall. Naja, ich warte jetzt noch ein bisschen hier und dann melde ich mich wieder, wenn ich mir irgendwas später noch mache. Ich weiß gar nicht, ob heute noch was passiert. Ich sage schon mal Tschüss, falls noch was ist, werde ich es aufnehmen, ansonsten sehen wir uns wieder morgen beim Training. Ich werde nur noch in der Früh trainieren, am Nachmittag werde ich mich nur noch dehnen und dann am Abend geht es dann schnell los mit dem Kampf. Bis dann, ciao, ciao.